Locker Fuß! Ah, Antioch. Jetzt eine Sekunde zu leise. Eine Host-Migration! Einer ist zu oft gestorben und ist ausgeführt. Äh, Host-Migration. Eine Host-Migration. Host-Mitration. Ja, Antioch. Ja, Antioch. Und gleich muss ich diese Strecke leider fahren. Ja, wiederhole dich hier mal. Ich will jetzt den Glocken kommen. Ich such den ja schon. Und was? Ich hab gar mit mir selbst getroffen. Ach, was? Holz! Super. Du hast ein Relikt verdient. Super, du hast ein Relikt verdient. Oh, der weitere Magazin. Das ist mal was Neues. Oh, der ist noch ein Kreis. Boah, jetzt regen sie sich wieder auf. Ich kenn das gar nicht, wenn man sich in einem Spiel aufregt. Doll. Ein Schuss, drei Treffer. Drei Kills. Hat sie viel getroffen. Wie ist die neue Körner hin? Ja, wir sind schon schön. Ich höre die Körnerin. Joaah. Oh, der Körner ist nicht wirklich ein Körnerin. Ja, ich habe die Körnerin. Und jetzt haben sie schon gesagt. Mein Körnerin wird die Körnerin und Körnerin wird ja nicht so reagiert. Ja, ich habe es schon. Und den du gewinnst. Ich zieh mich. Ja. Du auch. Zum Sieg! So. Aber ich hab' ich gleich fliegt. Ja. Jetzt doch. Uh! Boah! Findest du das? Ja. In den letzten Sekunden ist das Feuerwerk gegangen. Feuerwerk? Feuerwerk, ja. Ach so. Bei diesen Masken da. Wie? Boah, ich komme hier schon hin. Ja, genau. Ich springe bei den Hügel, oder? Ich treffe die Kiste, oder? Ja. 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 Ich springe bei den Hügel. Ach. Der geile Wattner wieder. Weil es die beste an, ich schieße auf den Kopf. Wir haben ja gar nicht geübt. Senden Sieg! Ich schau. Nein. Nein. Heiu! Aber es ist ein Lilarzeit. Senden Sieg! Und alle Lilarzeit fällt im Schlag. Die Lilarzeit, der in der Kilo. Na, 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 ja, na, ja, 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 ja. Und sieben und drei Waffen in dem Spiel. Wie ist das denn? Jo, ich hab noch Kaffee gekriegt. Warum? Das find ich nicht gut, Marcel. Find ich auch nicht gut, aber mit so... ist das okay jetzt für uns was? Ja, und du hast doch ein paar Teile vor dir, in denen du auch noch failen wirst. Da ist doch so... Ali ist auch neu. Ja? Mhm. Sieht gerade durchs Fenster so aufblinken. Aua. Damm-damm-damm-damm... Wir rufen um die Uhrzeit noch ja, ne? Ja... Gott, du hast ein Relikt verdient! Und dann wird das andere Strecke sein, die später nochmal wiederholen. Bim! Wir fahren noch. Hallo, Kreis gefahren, viermal gehüpft, viermal den Kopf gelegt. Wir sind dran für den E-O-Handeln, der vom ersten Versuch schafft. Aber grüßt! Ja! Ja! Erledigt! Aber ich war dann jetzt trotzdem zu Ende. Ne Mi-O-San! Ne Mi-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Ach ja, die ganzen kleinen Kinder mit der Abziehung! Lol, ich hab kill gemacht! Wie das denn? Ich hab nur gar nichts gemacht! Ach, das ist so weit verkackt hier! Was? Das ist so weit verkackt! Was? Ja! Das ist so schlecht! Ich bin aber voll der Pro, ich mach das alles beim ersten Versuch, weißt du? Ja! Gingadier Gingadier Loll, Marcel, ich heiße einer Black Dragon Lord und das ist ein Deutscher Gingadier Gingadier Ah, schon wieder unser RCR Das war zuvoll Gingadier 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 Ich bin ein Ne, da bin ich auf jeden Fall nicht gerade. Von den Machern von Star Wars Knights of the Old Republic. Moment, Knights wie Nächte oder Knights wie Hütte? Und was weiß ich jetzt nicht, da steht Knights of the Old Republic. Naja, wie ist Knights denn geschrieben? K-N-G-E. Wieso, besser. Was? Liss? Ja. Plus 42 Sekunden dieses Rennen abschließen. Platy, ich hab eine Minute... Äh... Was? Ja. Alter. Geil ist auch, wenn sich immer alle freuen. Ja, guck mal, wie gut ich bin! Dabei kriegen sie Abschussserien durch Abschussserien. Statt einfach irgendwo selber zu spielen, könnten sie sich lieber in die Ecke. Ja! Ja! Gucken wir im weiteren Minecraft Let's Play an. Weitere Minecraft Let's Play, ja. Ich halte so lang stumm. Ich halte so lang. Oh. Ja. Oh. Oh. Du spielst du echt nichts anderes als ACR oder MP7? Ich? Ja. Weil alle Leute verlernt haben, in anderen Waffen zu spielen. Ja! Mal gucken, was der Deutsche hatte. ACR und Schalde. Oh, auf Gold. Er ist anscheinend stolz drauf. Das gesamte Team kämpft in einem Punkt, aber nicht schlecht. Ich hoffe, ich stehe die Team. Ja, ich soll da die Team 아니에요. Ich schäuze! Ich schaffnet mit dem Daumen! Wir sitzen mit einem Schalf-Karten-Karten. Wirβ! Ihr könnt ihr nicht auf ein Segen-Karten-Karten nehmen. Ja. Waspuckin! Ja, Platin! Waspuckin! Waspuckin! Puh! 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 So, das war von dir Welpen abgeschlossen. Welpen. Ja, Welpen, genau. Welpen, Alter. Welpen. Gib your soul! Ich wäre schnell gekommen hier, dass du keine Assels ließ. Super, du hast ein Relikt verdient. Was muss man noch machen? Ja, er kann schießend um die Ecke. Ja, ja. Flierer, Stein, Papier... Nein, da haben sie jetzt nicht. So, wenn euch aber hier weiter runter, werde ich jetzt mal speichern. Ich muss erst mal alles hoch machen. Jetzt sind die Akte wieder, weil du erst mal wegkommst. Grafiktatefinger zu schmerzen. Bei Mädchen 2, ne? Neu! Oh, von 58% auf 74! Naas, Ecker! So, Adapt-Ecker, Alter. Wir sehen uns im nächsten Fall. Ohm! Ohm!